Laura, die heißt Grimm mit Nachnamen, kommt aus Isernhagen und zeigt in Glampis und Nörde Verwärtslese. Herzlich Willkommen, Laura Grimm, hier unterwegs mit dem Rappen mit Blässe, gestern schon im Töltpreis unter deutlich langer Zeit qualifiziert für die Sportklasse A beziehungsweise die oberste Leistungsklasse in Tölt und Viergang. Und hier startet sie mit Nörde Verwärtslese. Herzlich Willkommen, Laura Grimm. Alles Gute im Viergang, Prüfung beginnt. Herzlich Willkommen, Laura Grimm. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.